Was soll das heißen? Sie können Fägelar nicht finden. AAAAAAAAHHHHH! Der ist auf meine Hand! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelar nicht finden. Entsuchen Sie ihn! Ich will Fägelar sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelar! 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 Fägelar!